Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Novos. Heute wieder alleine, nicht mit dem Debitur, sondern wieder komplett alleine in unserem wunderschönen Haus. Und für heute habe ich mir auch wieder was relativ hoffentlich Gutes überlegt. Ich habe gerade noch einen Dimensioner Anchor im Last Millennium aufgestellt, sodass wir hier wieder Erze bekommen. Und ich hatte eine relativ coole Idee bekommen. Also mitbekommen meinte ich nicht, dass ich die Idee hatte, sondern dass sie mir geschrieben wurde. Warum hast du keine Moppesense? Das ist Mystery. Oh, warte mal, hier ist glaube ich das falsche Ding, ne? Warte mal, der ist Wide Wide Orange. Was haben wir denn? Ich glaube, wir haben den falschen aufgestellt. Die Idee war folgende. Und zwar hat jemand geschrieben, ich soll mir doch bei Drogium Drums machen und diese erstmal volllaufen lassen und dann als Backup benutzen, damit wir hier nicht dauerhaft die Welt aufrechterhalten müssen mit 80.000er F-Pothek. Allerdings, ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Bevor wir das machen, bauen wir aber generell unsere Stromversorgung mal ein bisschen anders. Außerdem will ich unbedingt mit Immersive Engineering anfangen. Das machen wir aber nicht in unserem normalen Haus, sondern das machen wir dann, wenn hier oben irgendwann mal unser cooles Haus stehen sollte. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit den Solar Aeroporation Plans mache. Also entweder baue ich die komplett von hier weg und ich habe die Chunks gerade voll niedrig, fällt mir auf. Entweder mache ich die komplett hier weg, ich hatte die, glaube ich, immer auf 8, oder ich baue sie irgendwie weiter in die Erde oder so. Ich habe ja schon mal gesagt, das mit dem Crystal, Chemical Crystallizer heißt der, glaube ich, oder irgendwie sowas, kann man normalerweise mit Salz Brine herstellen, das geht hier allerdings nicht, sonst hätte ich das getan. Und ansonsten können wir die Brine Tower irgendwie mal anders hinstellen oder sie eben tiefer setzen, sodass nur die Solarpanel oben rausgucken. Das wäre dann die andere Option. Okay, für jetzt schnappen wir uns ganz kurz einen Tesseract. Wir haben hier noch, hoffentlich, welche rum. Wir haben hier noch einen, der ist owned by Deep Thor. Dann craften wir uns gerade mal, ich mache mal zwei Stück davon. Und was wir dann machen wollen, ist eigentlich relativ easy. Man kann Tesseract zur Privat stellen. Und ich weiß, ihr habt sehr oft geschrieben, ich muss das unbedingt tun. Und das macht man eben mit Signalum. Dann macht man sich ein Signalum Security Log. Und ich gucke mal gerade, ob wir noch Signalum haben. Wir haben auf jeden Fall noch was. Also Signalum Security Log. Das brauchen wir einmal. Dafür brauchen wir Signalum Nuggets und ein paar Bronze Ingots. Ich hoffe mal, das Rezept ist überhaupt das Richtige. Und nicht, dass wir hier gleich was komplett Falsches haben. Aber es könnte sein, weil umsonst... Ach wohl, nee, warte. Signalum Gears mache ich mir, glaube ich, für einen Frame, ne? Genau, das waren nur die Dinger hier. Gut, das heißt, wir machen uns gleich Tesseracts privat. Sobald wir welche haben, die craften ja gerade noch. Und dann machen wir uns vielleicht noch ein zweites Security Log. Und dann warten wir ganz kurz, bis das fertig ist. Das macht er nämlich gerade noch. Und in der Zwischenzeit schnappen wir uns folgendes. Ich habe fünf Ultimate Induction Cells bestellt. Die können ja jeweils 204 Giga F speichern. Das heißt, insgesamt können fünf über 1 Tera F speichern. Sobald haben wir drei, glaube ich, in unserer Induction Cells. Und ich würde das gerne erweitern, denn der Speicher hiervon ist ja, denke ich mal, voll. Genau. Und ihr seht, wir haben hier einen Input von relativ wenig F. Also von 2000 bis ein bisschen mehr als 2000. Der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel. Und das werden wir gleich ändern. Denn hier hinten am Reaktor steht ein Tesseract, der auf Cars Crafter Energie steht und auf Send Energy. Dadurch, dass der hier auf Cars Crafter Energie steht, werden alle anderen Tesseracts, die daran angeschlossen sind, zuerst versorgt. Das heißt, hier dieser Tesseract, okay, das ist der von Peter, hier dieser Tesseract, steht ebenfalls auf Cars Crafter Energie und der steht auf Receive. Allerdings sind alle anderen Tesseracts, die ich in ganz Novus gebaut habe, jemals, das heißt die im Last Millennium, die für die Laser Drills verantwortlich sind, oder für die Laser Drills, keine Ahnung, die hier unten für die F-Tools, welche, die hier drüben für unserem E-Stream verantwortlich sind. Die ganzen Tesseracts, die werden versorgt und danach geht das erst in unsere Energiespeicherzelle. Das heißt, unsere Energie kommt gar nicht dort an, sondern, also das Ganze ist praktisch kein Zwischenspeicher, sondern es geht erst raus und dann kommt es irgendwann da ran. Ich bin voll am Rumstottern, habe ich das Gefühl, aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich euch sagen will. Das heißt, wir schnappen uns ganz kurz ein so ein Tesseract und machen den jetzt mal auf Private, das war ja so. Und dann haben wir ein Tesseract Owner an, dann setzen wir den einmal und dann gehört er uns. Da ist es dann auch unser kleiner Kopf nebendran. Das ist sehr gut. Sobald wir den zweiten haben, können wir da weitermachen. Und was wir dann tun, ist eigentlich relativ simpel. Zuallererst mal bauen wir noch mehr von den Induction Casings. 24 haben wir davon noch. Ich mache mir noch mal so 20 Stück. Ich hoffe mal, das geht relativ schnell. Und am besten bräuchten wir auch noch, warum haben wir im Industrial Hamptzee zu viele? Ich meine, das ist gut für Immersive Engineering. Aber verwirrend, dass wir so viele haben. Gut, ich wollte hier fünf andere dazu machen. Dementsprechend würde ich das Ding hier gerne umbauen. Die Frage ist natürlich nur, wie. Einen anderen Induction Provider bräuchten wir nicht. Wir könnten den höchstens upgraden von Advanced auf Ultimate. Aber selbst in Advanced hat mehr als genug. Ich glaube, in Advanced hat 6 Millionen oder sowas. Gucken wir mal ganz kurz nach, damit wir es sicher haben. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hier. Okay, 200.000 RF. Aber mehr kriegen wir eh nicht rein. Das heißt, mehr sollten wir eigentlich auch nicht verbrauchen. Denn es wäre doof. Seitdem wir stellen den Raktor hoch. Dann können wir das Ding auf jeden Fall auch hochstellen. Gut. Das wären dann vier. Das heißt, wir würden das Ding praktisch komplett einen nach unten ziehen. Wenn, also am besten sogar zwei. Denn dann wären wir insgesamt fünf Induction Cells. Und dann wäre es doof, wenn eine irgendwie so komisch unten dran steht. Und später können wir das Teil ja eh noch viel größer bauen. Ich glaube, 18x18 oder 17x17 ist das Maximum davon. Da können wir auf jeden Fall einiges Energie drin speichern. Für jetzt machen wir das erstmal so, so und so. Und ich meine, wir könnten uns noch mehr bestellen. Das heißt, wir könnten uns so irgendwie, ja, noch vier, ne, drei weitere bestellen. Und dann so unsere Induction Metrics aufbessern. Aber für jetzt lassen wir das erstmal so groß. Weil die Dinger bestelle ich dann höchstens am Ende der Folge. Damit sie fürs nächste Mal ready sind. Aber ich meine, diese fünf Dinger, die haben schon einiges gekostet. Ich glaube über, nicht über 10.000, aber ich glaube 10.000 Enriched Loy. Und irgendwie 10.000 Redstone und solche Sachen. Also schon krass. Und hier können wir jetzt innen drin, ich weiß gar nicht wie viel. Das können wir gar nicht sehen, ne. Ja, 8 Sales, ein Provider. Wir können leider das Maximum nicht sehen. Weil 614 Gigafs sind da drin gerade gespeichert. Aber da kommt natürlich sehr viel mehr rein. Und ihr seht, jetzt haben wir auch gerade einen Input von 200.000, was natürlich nice ist. Sehr cool. Dann gucken wir, ob er den zweiten Tetherrack mittlerweile fertig hat. 200.000 F pro Tick. Ich meine, wir können den Reaktor mal hochballern. Aber ist für jetzt ja noch nicht nötig. Und ich habe mich richtig irritiert gefühlt, weil ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich am Anfang von dem Projekt, dass ich am Anfang von dem Projekt mal die, wie nennen sie sich, die Turbinen von Mechanism gezeigt habe, weil ich gesagt habe, ich will die bauen. Aber die Turbinen gibt es ja drin nicht. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Aber dann halt in einem anderen Projekt. Zum Beispiel in Zone oder in Lone. Vor dem gleichen Namen so. Okay, da ist jetzt ein, warte, ist das das erste Private? Ich habe gerade ein Tetherrack drunter geschmissen. Ja, das ist der Privat. Okay. Warum hat er dann die gleichen Konfigurationen wieder vor? Owner Only. Aha, das sieht schon besser aus. Okay, Redstone Ignored. Dieses Ding hier darf Energie senden. Dann machen wir das ja auf Blocked. Und dann machen wir das einfach auf Task of the Energy 1. Send only, send only. Awesome. Und der andere Tetherrack kommt jetzt dann auch hier drüben hin. Das heißt, der hier kommt weg. Habe ich hier noch irgendwo einen anderen Tetherrack dran? Mich irritiert das gerade, weil... In der Theorie verbrauche ich dann derzeit gar keine... Gar keine Energie. Kann das sein? Guck mal, dann sieht ihr, dass Peter 144 hat. Wie mein Monitor. Der hat auch 144 Herz. So, dann kommt der jetzt einmal weg. Denn hier drüben ist ja der Input. Und dann stellen wir den hier auch wieder genau gleich. Das heißt, Owner Only. Da ist er auf Ignored. Receive. Die anderen Dinge auf Blocked. Und dann Task of the Energy. Und jetzt kommen wir wieder die 2011-Put-Tick an. Meine Frage allerdings ist jetzt, der Output, das ist gerade das, was Peter verbraucht. Beziehungsweise was der Wireless-Charger und die Compact-Maschinen verbrauchen. Wir haben aber keinen anderen Output, was strange ist. Denn, ja gut, und dieses Ding hier ist auch eine sehr dumme Schaltung eigentlich. Aber die muss natürlich zurzeit gerade mal hier bleiben. Ansonsten würden wir jetzt einen anderen Tesseract haben, der nicht privat ist. Welcher dann praktisch schon hier aus Energie sendet. Das heißt, wir machen den hier. Der steht auf Send Only. Red Zone Ignored. Und dann können wir jetzt hier hoffentlich unseren Energieverbrauch sehen, welcher 2011-Put-Tick ist. Warum genau? Ö, wenn man das wissen darf. Warte mal, habe ich gerade einen Denkfilter drin? Das Ding steht auf Send Only. Aber das hier ist der private. Warte mal, kann es sein, dass es trotzdem einen Unterschied gibt? Wir ändern mal das Ding hier ganz kurz ab. Setzen das auf 2. Warte mal. Ö. Wir deliten das. Setzen das hier auf 2. Und ändern das hier. Kann es sein, dass die Tesseract keinen großen Unterschied zwischen privat und public machen? Denn das würde dann Sinn ergeben. Okay, das hier ist das 2. Das andere ist auch 2. Ich hoffe mal, ich habe keinen Mist gebaut. Output 200.11-Put-Tick. Das kann doch fast nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir 200.11-Put-Tick verbrauchen. Das macht so ziemlich gar keinen Sinn. Aber scheinbar ja schon. Was komisch ist. Warte, wir stellen mal ganz kurz so eine Rakte hoch und gucken, ob dann der Output auch hochgeht. Weil wenn ja, dann ist der Output gleich der Input und das würde keinen Sinn machen. Äh, 4. Nicht 3. So, jetzt soll das Ding gleich hochgehen und 400.11-Put-Tick erzeugen. Dann gucken wir ganz kurz mal rein. Der Input bleibt gleich, was er nicht sein sollte, denn der Input sollte jetzt schon hochgehen. Genauso wie dann dementsprechend auch der Output hochgehen sollte. Ihr seht, creating 230.000-Put-Tick. Und der hier steht ja auf Sending Energy, Cast Crafter, Frequency 2. Okay. Ich glaube, ich habe wirklich gerade einen krassen Denkfehler drin und bin komplett dumm. Aber warum empfängt der immer nur noch 200.11-Put-Tick? Das macht absolut keinen Sinn. Ha. Das ist wirklich doof. Vielleicht sollte ich die Schaltung dann doch so lassen, wie sie davor war. Bis ich meinen Denkfehler gefunden habe. Denn das Ding hier steht immer auf Cast Crafter Energy 1 und Sending Energy. Genauso wie es sein soll. Und das Ding hier steht auf Receiving Energy. Aber der ist ja auf Private und auf 2. Hm. Das ist mysteriös. Ich habe keine Ahnung, was mein Fehler gerade ist. Aber wir bauen es einfach mal so wieder hin, wie es da vorher war. Warte mal, das Ding hier ist ein Output. Nein, nein, das ergibt einfach keinen Sinn. Keine Ahnung. Okay, dann setzen wir das Ding jetzt einfach mal wieder auf Privat, so wie es davor war. Das heißt, es bleibt bei Nummer 1. Das steht auf Receive Energy. Tut mir leid, dass es jetzt so da mehr oder weniger Zeitverschwendung war. Aber, ha. Das ist wirklich strange. Also ich checke meinen Denkfehler selbst gerade nicht und das ist doof. Ähm. Wenn ich meinen eigenen Denkfehler nicht verstehe. So. Okay. Jetzt haben wir eigentlich die gleiche Konfiguration davor. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder Input 200.000, Output so und so viel. Okay. I don't know. Aber lassen wir es so stehen. Naja. Schade. Aber. Immerhin. Naja. Keine Ahnung. Ach man, das stinkt mir jetzt. Also. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren verbessern. Ich habe wahrscheinlich so einen richtig simplen, dummen Fehler gemacht. Aber es ist auch schon spät. Da darf man das mal. So. Wir wollten Immersive Engineering machen. Allerdings noch nicht jetzt gleich. Und was wir noch machen wollten, sind Bad Rockium Drums. Ähm. Wir könnten dafür Packager bauen. Das lädt jetzt wieder ewig, weil er die Texturen von scheiß Extra Utilities benutzt. Ah. Wow. Ähm. Genau. Davon haben wir Bad Rockium Ingles. Davon haben wir wahrscheinlich gar nichts. Aber wir könnten uns Bad Rockium Ingles natürlich Auto-Craften. Das heißt. Ähm. Wie wäre es denn, wenn wir uns einfach mal die Rezepte dafür einspeichern? Das sollte ja nicht so schwer sein. Und unsere Dinger sind ja relativ schnell. Wir kommen. Compressed Cobblestone. Ich habe das noch nie mit Auto-Crafting gemacht. Aber wir machen das jetzt einfach mal. So. Double Compressed. Dann machen wir Triple Compressed. Dann machen wir Quadruple Compressed. Und was braucht er für Bad Rockium Ingles? Bad Rockium. Das ist aber nicht, was er dafür braucht. Der braucht Triple und Quadruple. Okay. Das ist dann kein Problem. Das heißt, wir speichern uns ganz kurz mal das Rezept hier ein. Quadruple können wir machen. Okay. Das ist gut. Und dann speichern wir uns das Rezept noch ein. Dann speichern wir uns das Rezept ein. Und wir speichern uns das Rezept ein. Yay. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das in verschiedene Molekular Assembler bekommen. Und das wird wahrscheinlich relativ schwierig. Denn sonst hält sich das Ding gegenseitig auf. Und das wäre doof. So, das ist Quadruple. Dann haben wir hier Bad Rockium. Und ich meine, was mit dem Rest ist, ist eigentlich relativ gleich. Warte mal. Das können wir noch wegmachen. Dafür machen wir die Goldplätchen. Das Ding können wir hier machen. Dafür machen wir das da rein. Ein Workbench können wir hier machen. Dafür das da rein. Bin ich mal gespannt. Bad Rockium. Dann bestellen wir uns mal 10 Stück davon. Missing Diamond. What? Oh, ich habe keine Diamond-Blocke eingespeichert. I see. Ähm. Block of Diamond. Da war wieder ein kleiner Denkfehler. So. Und dann... Wo werden wir den jetzt noch rein? Da unten haben wir noch Platz? Machen wir den da rein. Okay. Bad Rockium Drum. Stellen wir uns 10 Stück. Wie viel braucht er dafür? Äh. 1,7 Millionen Kabel. Okay, das haben wir. Ich kann nicht starten. 2 Millionen Bytes? Holy Macaroni. Okay, das ist ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Oh, fuck. Okay. Wie wäre es denn mit allem? Können wir uns 1? Selbst 1 ist zu viel. Das sind 200.000 Bytes. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen uns irgendeine Superzelle machen, oder? Warte, wir machen uns mal ganz kurz eine Supercrafting-Zelle. Die 64, 128. Das heißt für... 64k. Davon haben wir noch eine. Machen wir uns mal nochmal 3 mehr. Das wird zwar jetzt relativ lange dauern. Aber... Gut, wir könnten rein theoretisch auch mal... So für den Moment... Obwohl, denn da sind hier keine Co-Presistant-Units mehr drin. Okay, jetzt wird es tricky. Ähm... Oh, was heißt das? Das wird tricky, aber... Warte mal, das sind 128. Das sind 256. Das heißt, damit könnten wir... Ähm... Ja, damit könnten wir schon mal... einen Bedrochium-Drum bauen. Dafür müssen wir die beiden hier aber abreißen. Und dann hätten wir... Ups. Dann hätten wir hier genug drin, um einen Bedrochium-Drum zu machen. Und da habe ich jetzt einen über. Das ist komisch. Achso, klar, hier sind gar keine Speicherzellen drin. Das ist doof. Ähm... Gut, dann gucken wir uns mal an, ob das funktioniert. Wobei er droch ihm... Alter, ich hätte niemals gedacht, dass das so viel braucht. Das ist ziemlich krass. Okay, aber das können wir uns noch für ein paar craften. Und da will ich unbedingt zugucken. Wie das jetzt abgeht. Compressed Cobblestone. Es geht sogar relativ schnell, oder? Also was heißt relativ schnell? Das ist immer noch relativ langsam. Aber... Ähm... Warte, hier macht er gerade Cobblestone. Aber warum benutzt er nur zwei? Und... Nicht... Liegt hier unten nur ein... Darunter liegt ein Kabel. Ähm... Wait a minute. Habe ich das... Oh, fuck. Ich glaube, ich habe das verkackt. Scheiße. Das würde erklären... Das würde... Das würde erklären. Das würde einiges erklären. Oh, fuck. Oh, Gott. Da will ich mich erschrocken, Alter. Aber da war jetzt gar nichts passiert. Okay, warte mal. Der ist auf jeden Fall online? Aber... Oh, nein. Da, wenn wir nur zwei Co-Processing-Units haben, bringt das überhaupt nichts, was ich hier gerade mache. Das ist völliger Blödsinn. Nein, ist nicht völliger Blödsinn. Bei dem hier benutzt er. Allerdings benutzt er das andere Ding. Und das ist... Dieses hier nicht, weil der nicht online ist. Das heißt, wir holen uns mal ganz kurz ME-Glass-Cable. Dann habe ich gar nicht gedacht... ME-Glass-Cable. Machen wir das mal so. Und dann sollte er hier auch gleich craften. Oder? Nee? Warum craftet er hier drin nicht? Und wie viele Co-Processing-Units haben wir? Zwei. Vielleicht zieht der Bildschirm auch mit dazu. Aber... Mysteriös ist... Also normalerweise gehen wir in Scriber-Channel weiter. Und die Dinger sind ja auch online. Das heißt, entweder liegt es wirklich an den Co-Processing-Units. Was ich... Denke. Weil die normalerweise genau das machen. Aber... Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich blöd bin. Gehen wir einfach mal vom Zweiten aus. Dass ich blöd bin. Wie lange ich gerade überlegt habe. Ähm... Okay. Das ist natürlich doof. Aber wir warten jetzt einfach mal ab. Ich meine, das Drafting geht ja schon relativ fix. Und ich meine, die haben auch schon alle Acceleration-Cards. Also die sind alle komplett voll damit. Üps. Das wollte ich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es... Na... Irgendwie zu langsam. Aber viel schneller geht es ja gar nicht. Also... Ja. Das ist das Schnellste, was wir machen können. Und das ist bling, 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 bling. Und das eben auf drei Stück hier gleichzeitig. Auf dem vierten, wie gesagt, leider nicht. Aber wir könnten ja noch eine Co-Processing-Unit... Geht der offline, wenn ich das hier draufknall? Jep. Ich bin Dummkopf. Okay. Aber trotzdem sollte die jetzt wieder online gehen. Ähm... Dann machen wir doch nur ganz kurz etwas anderes. Und das wäre... Hier die Co-Processing-Unit rein. Und den Speicher oben drauf. Dann sieht es wenigstens gleich aus. Wieder vor. Und dann bestellen wir uns mal nochmal ein Badrockium dran. Die Dinger dafür hat er ja gespeichert. Das ist ja nicht so schlimm. Oh. Und der hat die 64k-Zellen fertig. Awesome. Badrockium. So. Start. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Benutzt er jetzt den vierten... Molekular... Ja, jetzt benutzt er den vierten Molekular-Assembler. Perfekt. Das heißt, wir haben das Problem gefunden. Und behoben. Machen wir das so so. Und dann können wir... Keine Ahnung. Hier auch noch eine draufhauen. Das war doof, oder? Warte mal. Er ist aber online geblieben. So wie es aussieht. Yay. Er ist online geblieben. Perfekt. Cool. Scheint also zu funktionieren. Das ist sehr, sehr nice. Und hier haben wir Badrockium-Engels drin. Ja, geilo. Das heißt, wir können uns jetzt... Badrockium-Drums-Auto-Craften. Das geht sogar relativ schnell. Ich sag die ganze Zeit, es geht relativ langsam. Oder es geht relativ schnell. Aber ja, ich mein... 16.000 und er macht bling, 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 bling. Also es dauert, aber es geht voran. Was cool ist. Und ich denke, wir bestellen uns sogar noch mehr. Ich mein, wie viel? Wir brauchen maximal... Wir brauchen drei Co-Processing-Units, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, drei Co-Processing-Units. Und der Rest kann Crafting-CPUs sein. Das heißt, wir machen uns das hier drüben auch nochmal. Wir brauchen also zwei... Drei, sechs, acht. Und dann werden wir die Seite hier... Oder dann werden zumindest die fertig. Warte mal, das sind eins, zwei. Dann haben wir hier drei, das sind sechs. Dann brauchen wir auch nochmal drei. Sind neun, sind elf. Okay, elf. Und hier brauchen wir jeweils... Hier brauchen wir jeweils drei. Drei, richtig? Richtig, oder? Ja, drei. Das heißt, hier sind fünf... Also 15 plus elf sind... 25. Hoffentlich. Scheiße. Okay, ähm... Jetzt gebe ich hier 26 an. Gut, wir wollen 26 hiervon haben. 26.000 Bytes used. Holy shit, ist das ein krasser Job. Okay. Aber das sollte auf jeden Fall... Unseren... Unseren Ansprüchen gerecht werden. Hoffe ich jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine krassere Autocrafting-Anlage als davor schon. 26.000 von den Teilen. Äh, 26.000, nicht 26.000. Das wird zu heftig. Okay, aber... Das, meine lieben Freunde, war es zur heutigen Folge Minecraft Novus. Ähm... Ich hoffe, es war interessant. Wenn ja, dann lasst gerne den Bewertungen an. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also auch da rein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Tschüss.